Der Hund, Junge, du bist so ein Bastard, Digger. Hey Leute, willkommen zu einer Runde Skywars mit Leon, dem Prankmaster. Übrigens, wenn Leon mal wieder einen 24 Stunden Lifestyle machen soll, bei 300 Likes macht er den, auf meinem Kanal. Wie kommt man auf sowas? Du hast echt viel Scheiße im Kopf, noch mehr als ich. Hä, sagst du, warum brauchst du dich auf die andere Seite hoch? Hallo. Hä, bist du dumm? Bist du dumm? Ja, lass dich einfach feiten hier unten. Ja, aber ich hab mich da auch schon drüber gebaut. Achso. Ja, lass... Ah! Ah, sie sind Sandwich, Digger. Oh mein Gott, die bauen sich ja alle drüber. Komm hier rein, komm hier rein. Oh wow. Jetzt? Ähm... Ah, ich hab ne Endepelle geworfen! Was, du Lesb... Junge, was wirst du für ein 31er ohne Witz, Leon? Ne, die ist nicht gelandet, Digger. Oh mein Gott. Oh, hi. Ich wär fast runtergefallen vor Schreck. Sie kommen! Die Russen! Ja, ich bin hier unten. Ich komm hier nicht hoch, Mann. Hier und dieses Wasser. Hallo. Guck mal, der baut sich hoch. What the fuck? Habt ihr einen? Nein. Junge, der Bastard! Wieso spielen denn die so? Weil ich hab voll Angst vor den gegnerischen Tiefen. Also von der anderen Insel. Bin tot. Der Hundesohn. Was? Der Hundesohn. Oh. Der Hundesohn. Ne, ich reiß das jetzt. Reiß? Ja. Oh mein Gott, sie töten sie einfach alle echt, Digga. AAAAAH! Oh, das war's ja. Mann, das wär so gut gewesen. Ich denk, was ich den noch bekomme. Alles klar. Okay, Lamm. Okay, Lamm. Oh, ich hasse das, wenn man so als Mädchen redet. Ohhhh. 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 Leute, ich finde das, wenn Mädchen so assi sprechen. Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare. Okay, Leute, kurzer Cut. Äh, Mama war kurz da. Oh, tot. Okay. Halbes. Hä, warum bist du da hinten auf einmal? Genau. Leon, renn weg, renn weg, renn weg, renn weg. Nein, renn doch weg. Guck mal, was ich hier mache, Digga. Ja, ich komm mal gleich. Also bin ich, renn weg, renn rrrrrrrrrrrr. Hilf doch. Amo Jackson. Ja das war easy. Ein Dreamteam. Und jetzt alles der Beersen, komm her, komm her, komm her! 3, 2, 1! Schlimm Hochheim. Ich hab ihn. Ich hab ihn auch. Okay. Und ja, an zwar Stelle eine Whatsapp-Nachricht, wenn ihr wollt, dass Kirsten Sarah auch euch Whatsapp-Nachrichten schreibt, ass auf diese wieder ein Like da. Mehr Energie. Mehr Energie. Maximale Energie. Rot. Geilo. Matiko. Grüße genauer an Kev. Warte auf mich. Leon. Du musst sterben. Nein, Abarth. Oh. Abarth. Hast du das gesehen? Nee. Oh, das ist so. Ich habe nicht zerberstet. So. Was hat der Kandidat davor? Oh, der hat eine Angel. Achtung, der hat eine Angel. Ist der letzte? Nein. Der Hund, Junge, du bist so ein Bastard, Digga. Ich verschwende jetzt meine Entfälle an den. Ohne Witz. Wenn das gehalten wird. Egal, habe ich ihn. Nein, ich habe ihn nicht. Was? Ja, das war's. Als ob der da oben jetzt ist. Oh, ich hasse solche Leute, ne? Alter. Ich hoffe, er stirbt, Alter. Er heißt Edu, Digga. Er ist tot. War das easy. Doch nicht so rasiert. Okay, Leute. GG, pfff. Oh, scheiße, das nehmen wir noch zwei. Ist das ein Team? Ach, du Kacke. Vielleicht hast du was mit der Aufnahme? Ich werde sterben. Oh. Ja, du musst irgendwie choke pointen. Ja, moin. Ich habe kein Wasser, ey. Ich habe fünf Herzen. Das war's ja, complete again. Guck dir den Kisten nach Wasser. Ich habe Wasser. Im Moment. Aber ich wollte nicht gucken gerade, weil ich Angst hatte. Der Regenbogenmann hat eine Ernderperle. Der braucht sich da rüber. Angle den weg. Angle den weg. Komm. Loan. Ah, der hat eine Ernderperle, Mann. Weißt du ob? Ja, der ist da ganz oben jetzt. Okay, das ist meine Chance, ihn zu bekommen. Genau. Ich habe nicht gedacht, Sarah. Oh. Los, Sarah, los! Ich bin so low, ne? You low? Ja. Mann, warum haben die dann alle eine Ernderperle? Ich hätte nicht so gut bekommen können, ey. Mann, Leon. Hallo. Ja, mein Schmerz. Junge. Ah! Ich habe ein halbes, ne? Oh mein Gott, was ist das? Bad game. Baby, I can see you faded. I don't like to fake it.